Hey, Eike. Komm, zeig mal dein Gesicht. Hey, zeig mal dein Gesicht. Hm? Ja, so ist gut. Nicht, oder? Jetzt werden wir noch ... Nein. Hey, so ist gut. Na ja, wenn ich es zähne ... Ja, super, Ablecken ist auch etwas. Hä? Ablecken ist auch etwas. Oh, wie elegant.